Willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel Notruf 112, die Feuerwehr-Simulation. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir schauen uns heute ein Skinpack an von der Feuerwehr Allensbach. Tatsächlich, jetzt wird der eine oder andere sagen, was zum Teufel hast du da rausgesucht? Und ja, ich dachte mir mal, wir suchen eine nicht so bergante Stadt raus und dabei noch ein sehr, sehr schönes Skinpack, das mir durchaus zusagt. Das würde ich euch ja nicht vorstellen, das habe ich ja schon mal erklärt. Und es gibt auch an diesen Fahrzeugen richtig, richtig coole Veränderungen. Und ich dachte mir, komm, zeigst du mal die DLK, weil die wurde ja tatsächlich ordentlich umgemalt, umgeskinnt. Zum Beispiel die Feuerwehrleiter ist mir gar nicht aufgefallen, die ist schwarz jetzt. Ich meine, das wäre nicht standardmäßig. Oder das Rolltor, hier das Rosenbacher-Logo oder das R. Und gefällt mir richtig, richtig gut, was er hier gemacht hat, der Modder. Also, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Ja, wo liegt Allensbach? Und das ist tatsächlich, ich habe hier Wikipedia offen, eine Gemeinde am Bodensee im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg. Also, Konstanz, Baden-Württemberg sagt natürlich ein was. Einwohner, damit ihr das ungefähr vorstellen könnt, 7088. Ja, es geht, sagen wir mal. So viel sind das jetzt nicht. Ist halt, wie gesagt, eine Gemeinde. Und interessant finde ich bei diesem Skinpack auch das hier, diese Werbung halt. Feuerwehr, Scheibe einschlagen. Stell dir vor, du drückst und alle drücken sich. Freiwillige Feuerwehr, unsere Freizeit für ihre Sicherheit. Oh, was steht hier noch? Keine Ausreden, mitmachen. www.ichwillzufolwehr.de Sehr cool. Also, ich muss wirklich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Also, kann sich wirklich sehen lassen. Also, Rosenbauer, also anscheinend, das ist wohl unterschiedlich. Die Ausstatter der unterschiedlichen Feuerwehren, also Rosenbach, Rosenbach, Rosenbauer. Aber, ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich kenne mich da echt nicht so genau aus. Ja, also unterschiedlich auf jeden Fall. Wieder was dazugelernt. Hier, Ziegler, glaube ich. Genau, Ziegler gibt es nämlich auch noch. Ich weiß nicht, inwieweit das Konkurrenz ist oder ob das eine eine Ausstattung ist, das andere Fahrzeugbau. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir das, auf jeden Fall. Ähm, würde ich sagen, bevor wir anfangen, ich wollte natürlich einen Einsatz sehen. Ich will auch den neuen Einsatz sehen. Gucken wir mal eben, ähm, komm, wir machen immer noch Einsatzbereit auf Wache. Ähm, dann haben wir hier, genau, den Rettungswagen, Rettungsdienst. Der wurde nicht geändert, okay. Der wurde nicht so stark geändert. Da steht auch, ähm, Müll am an der Ruhe, Rettungswagen drauf. Der wurde geändert, der NEF. Lkw Brand, äh, das hatten wir schon, machen wir mal abbrechen. Oh. Ähm, das NEF wurde geändert, das NEF. Rettungsdienst, Landkreis Konstanz. Ähm. Ja, gefällt mir auch, auf jeden Fall. Ähm. Genau, auch hier wurde die Kleidung geändert. Und ihr seht schon, das ist eine komplett andere Kleidung. Also eine andere Farbe. Ähm. Genau, so ein RTW finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das ist natürlich, ja, ähm, ja, wäre schöner gewesen, wenn der geändert wurde. Kann auch sein, dass der vielleicht so aussieht. Kann auch sein, tatsächlich. Ich weiß ganz, äh, ich weiß ganz, gar nicht, so sage ich es einfach mal, wie der jetzt, ähm, in Allensbach aussieht, der RTW. Ist halt, ja, gleich, dass er gleich aussieht. Weiß ich nicht, ist nochmal schön, dass er auch gleich. Kann auch sein, dass er noch kommt. Kann auch sein, dass es noch ein Update gibt. Aber ich wollte es euch schon mal vorstellen, weil ich das andere halt sehr, sehr cool finde. Äh, das NEF wurde ja, äh, auch schon fertiggestellt. Ob der RTW auch noch kommt. Wir warten ab. Wir warten ab. Ähm. Hier haben wir das WLF. Auch hier Mercedes-Benz Logo. Ähm, Logo natürlich von Allensbach. Oder das Wappen. Das wurde überlackiert schwarz. Ähm, Großcontainer drin. Ah, das hatten wir auch schon. Können wir mal was Neues haben? Ich hab Bock auf was Neues. Und dann schauen wir uns auch den ELW an. Und dann starten wir mal hier wieder durch. Gut, den nächsten Auftrag, äh, nehmen wir den nächsten Auftrag? Oder den nächsten Notruf? Hm. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Ähm. Ein Grund, warum ich auch tatsächlich dieses Skinpack genommen habe, ist erstens, weil es richtig, richtig coole Veränderungen hat. Ach, guck mal. Das ist ein VW-Logo da? Das ist interessant. Ach, der ist ja ein dunkleres Rot. Ähm. Ja, das ist ein allgemeines Problem. Genau, das kennen wir schon. Schön. Muss ich sagen. Wie sieht es hier drin aus? Ah, da, okay. Da ist es, äh, glaube ich, so geblieben. Ähm, genau. Ist halt diese Kleidung auch, dass sie so stark verändert wurde und so deutlich auch. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich wollte euch noch ein anderes Skinpack zeigen. Allerdings muss man auch sagen, dass das noch nicht so weit war. Beziehungsweise, was heißt, ähm, es war noch nicht auf den aktuellsten Stand gebracht. Weil man kann ja mit dem neuesten Beta-Branche-Update die Kleidung ändern. Also die Logos da drauf. Und, ähm, hat mir schon gefallen. Allerdings, wie gesagt, das, äh, war halt nicht auf dem aktuellsten Stand mit den, äh, mit der Kleidung. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir nehmen erstmal diese Feuerwehr. Eine ganz kleine. Ähm, ach guck mal, hier ist der Kollege. Was ist, genau. Ach, geht erstmal durch die Tür durch. Okay. Und dann schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Es gibt noch Feuerwehr, beispielsweise Köln. Gibt es auch schon, Berufsfeuerwehr, meine ich. Ähm, Fahrzeuge sind fertig. Aber Kleidung, habe ich gedacht, komm. Ähm, ich glaube, das ist nämlich von dem, oder, der auch die, äh, Feuerwehr Augsburg gemacht hat. Das Skinpack und Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main. Und, ähm, ja. Kommen wohl noch ein paar. Und ich bin gespannt, wann Wolfsburg kommt. Kann auch sein, dass es mittlerweile schon da ist. Wie gesagt, ich hinweise wieder ein paar Tage vorher auf. Weil ich ja gesagt habe, ich habe nicht so viel Zeit. Finde ich sehr cool. Also, diese, es ist mal echt komplett neue Farbe. Gefällt mir echt super. Und mal gucken, ob die auch, äh, deutsches, rotes, ja, haben die auch an. Guck mal, was da, Rettungs, was, Rettungsdienst, Sanitäter, steht da wahrscheinlich drauf. Ja, jetzt habe ich natürlich eben so viel abgelehnt, jetzt kriegen wir keinen Einsatz rein. Das ist ja auch schön. Ölspur. Was heißt Einsatz? Äh, ist nicht, also, ja, ist ja auch schön. Äh, ja, passt schon. Vergesst es, ähm, Maschinist. Kommen wir in den Maschinist. Ähm, ja. Ne, doch. Ah, da. Ölspur. Einsatz für LF24. Anfahrt zum Einarzt, funken wir schon mal. Eine Ölspur. Ja, wie gesagt, letztes Mal waren wir so oft mit der DLK unterwegs, da habe ich gedacht, komm, machst du mal heute was, was Entspannendes. Vielleicht kriegen wir auch einen neuen Einsatz. Die möchte ich, ach, komm mal, ich fahre mit dem Fahrzeug. Geil. Gefällt mir. Wunderbar. Äh, ich glaube, es sind noch nicht alle drin, oder? Sind schon alle, ne, sind noch nicht, ach, VW. Guck mal, die haben auch andere Helme. Da kommt der Kollege. Ah, er hat gar keinen Helm. Okay. Doch, jetzt oder? Ähm. Sind alle, alle drin. Ach, guck mal, hier auf dem Dach auch geändert. Schön. Äh, ich würde sagen, Martin, ich sehe das nämlich schon, hier. Boah, was ist denn heute los hier? Ich meine, wir haben auch Tag, ne? 11.22 Uhr. Ja, Berufsverkehr. Ja. Oh, viele Bullis. Viele Bullis hier unterwegs. Wollen wir geben mal Gas. Und, ähm, übrigens, ich hab nachgeschaut, Dienstagabzeichen, ich hab jetzt mittlerweile schon vier Stück, oder Steam-Errungenschaften, muss man ja sagen. Ähm, vier Stück, also, äh, ich hab ja gesagt, letzte Folge, ich hab nur ein, das hab ich nachgeschaut. Ähm, wahrscheinlich durch das, äh, durch ein neues System, äh, Steam-Beta-Branch-Update. Ähm. Ähm, funktioniert das jetzt noch besser? Weil es, ich meine, es war schon länger drin. Wahrscheinlich war das halt drin, aber noch nicht so, äh, hat das noch nicht so funktioniert. Oder sollte es, äh, offiziell noch nicht funktionieren. Also, jetzt soll es aber offiziell funktionieren, sagen wir mal, sorry. Äh, also, äh, es scheint zu funktionieren. Also, äh, vier hab ich jetzt schon freigeschaltet. Und, ähm, ja, jetzt fahr ich mit Öl. Ja, egal. Ich fahr mit Martinson jetzt. Ah, da, wir packen einfach mal da. So. Machen wir mal, äh, Martinson aus. Fünf, äh, ne, so machen wir das. Ähm, büb, büb, büb. So, machen wir das so. Ähm, mit Martinson bin ich jetzt da hingefahren. Aber ganz ehrlich, ähm, ihr habt gesagt, das ist, das ist echt ganz unterschiedlich. Manche machen es an, manche, also, es kommt je nach Ölspudorf an. Ja. Oh, wir müssen mal kurz funken. Ähm, machen wir mal eben b. Und zwar, am einen hat sich eingetroffen. Ich glaub, wir müssen diesmal nichts machen. Ich mach mal eben offen, weil ich glaub, der Besen muss ja sowieso rausgeholt werden. Oder ist er auf der anderen Seite. Ah, guck mal, ich hab erstmal offen gemacht für den Kollegen hier. Zack. Wunderbar. Ach, er sperrt hier ab. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also, die Skinpack, muss ich sagen, also, äh, ich sag immer, diese Skinpack, ja, ne, auch diese Skinpack gefällt mir gut, wie die anderen auch, die ich vorstelle. Ähm, soll ich immer so rüberkommen, ja, die anderen sind alle, ne, nur ich beziehe mich auf das jetzt gerade, sozusagen. Ich find, er hat wirklich richtig gut gelungen mit der Kleidung. Also, es ist echt top. Auch, wie gesagt, Qualität kann ich nicht meckern. Gar nicht, nicht meckern. Ich denk immer auch, äh, du, der Boxfresh ist ja irgendwie hier, äh, wer ist es, ähm, Fotomann, Kameramann oder so, von der Zeitung, er macht immer so viele Bilder. Ähm, ja, jetzt darf ich das aufnehmen, das machen wir mal. Ich mach mal, ja, für die Thumbnails, äh, probier ich das schönste nachher rauszusuchen, muss ich sagen. Ist natürlich nicht das Wichtigste, vielleicht stört's auch manchmal, ähm, aber mir ist es, mir ist halt ein bisschen wichtig und auch, ich meine, ich bin jetzt kein Künstler oder so, aber auf keinen Fall ein Künstler, also nicht mal annähern. Äh, so, schließen und schließen, 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 danke. So, oh, ich wollte die Schlauchraskel zurückbringen. So, ja, und, das macht die Stadt dann sauber, oder wie? Wie muss ich das jetzt verstehen? Hm, okay. Gut, dann fahren wir wieder. Machen wir das Ganze mal aus. Gut. Blaulicht machen wir auch aus und dann können wir heimfahren. Aber wir haben sogar grün. Ah, das ist jetzt aber noch in Ordnung, warte. Weil wir wollen ja auch noch was sehen. Vielleicht auch diese Folge mit einem wunderschönen neuen Einsatz. Da, wo ein Supermarkt brennt, da freue ich mich wirklich schon drauf. Aber das kann man ja nie so genau sagen, ne. Das ist wie gesagt, äh, oh, immer Funken, eins, über Funk. Ja. Vielleicht mal kurz was zu den anderen Projekten, ähm, wie ETS oder, ja, The Hunter oder so, falls da jetzt noch nichts erschienen ist. Wie gesagt, momentan ein bisschen, äh, geht andere Dinge vor. Wird's aber auch, denke ich mal, bald wieder geben, sobald ich die Zeit finde. Und natürlich die Lust. Natürlich, also, Lust habe ich schon teilweise, aber, äh, was heißt teilweise? Doch, äh, schon an einigen Dingen, ne. Da denkt man so, ach, jetzt so ein schönes Ründchen, ui, 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 ui. ETS oder The Hunter, ähm, The Hunter kam ja sehr gut an. Wollte auf jeden Fall noch mehr sehen. Im Multiplayer. Und zwar mit dem Zengis. Ähm, wird bestimmt auch noch mal was kommen. Ist halt immer, vor allem im Multiplayer ist halt so, man muss halt, man muss halt Zeit finden. Vor allem beide Parteien halt, ne. Deswegen, oh, der, äh, ruht einfach rum, hier, der Gelbe. Schau mal, was ist denn los? So, linker rechts. Und dann fahren wir mal einfach so drauf. Und fahren wir rückwärts rein. Ach, es gibt jetzt auch Spiegel, ne? Genau. Ach, die Qualität ist halt, ja, das ist halt, das ist halt nicht so optimal. Aber ich hab's ja schon mal erklärt, warum das so ist. Oh. Wir fahren nochmal, ob ich ein bisschen schöner hast, ja. Das ist nicht so schön. Weil wenn die KI nachher raus will, nicht, dass die nachher Probleme hat, weil, wisst ihr. So. So. So, die Volk wurde über eine Ölspur auf der Fahrbahn informiert. Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Die Fahrbahn musste während des Einsatzes gesperrt werden. Einsatzort Seilerstraße. Okay. Gut. Wunderbar. Aha. Okay. Ich bin von den Fahrzeugen echt begeistert. Einige stechen natürlich noch. Das hier finde ich auch geil. Oder die DLK hab ich ja auch gesagt am Anfang. Hm. Cool. So. Lass uns über was anderes sprechen. Das Wetter. Ja, das ist halt auch nicht. So sonnig ist es auch nicht. Der Übungsplatz. Wie sieht's da aus? Wurde da mal was verändert? So allgemein. Landkreis Konstanz ist das hier. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht. Im Fernbus Simulator gibt's glaube ich Konstanz auch. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren. Oh, wir machen Einsatzort auf Wache. Ganz vergessen. Sorry. Ach, wie. Kleinfärchenbrand. Ah, Leute. Hm. Nee. 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 Da muss ich passen. Da muss ich wirklich passen. Ähm. Mal schauen. Mal schauen, ob es nochmal mit dieser, äh, mit diesem Skinpack eine Folge gibt. Gefällt mir, wie gesagt, ganz gut. Ich hab aber allerdings noch andere und ich weiß noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht so ganz. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Ähm. Ansonsten schreibt mir sehr, sehr gerne Feedback dazu in die Kommentare. Gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ähm. Und. Tja. Auch das mit der Kleidung, äh, muss ich sagen. Ähm. Es ist ein deutlicher Pluspunkt. Ähm. Der RTW, der ist noch nicht so ganz, äh, fit, meine ich. Es kann auch sein, dass er fast exakt gleich aussieht wie Mühlam an der Ruhr. Vielleicht muss ich da nochmal schauen. Ähm. Ja. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.